Wir machen das dann gleich noch, hier. Meine Frau, da muss ich hier. Eigentlich bin ich im ersten Mal für Sie hier, weil ich möchte, dass Sie in einer Welt aufwächst, in der Frieden herrscht. Frieden auf der ganzen Welt. Und zwar meine ich damit nicht nur die militärischen Konflikte, die im Moment vonstatten gehen, sondern vor allem den inneren Frieden. Den inneren Frieden in Rückseligkeit, mit sich selbst und seiner Umwelt. Und zwar fällt mir auf, dass es viele Gräben zwischen den Menschen gibt und die gilt es zu überwinden. Und ich glaube, eine der Grundvoraussetzungen, um überhaupt Frieden zu finden, wäre, Gerechtigkeit in der Welt zu schaffen. Gerechtigkeit, die jedem Menschen, der hier lebt, auf der Welt zusteht. Und erreichen könnte man das aus meiner Sicht, indem man platzierte Brust schaffen würde. Jeder daran teilnimmt, sich zu schaffen. Und soziale Teilhabe, um den sozialen Neid endlich abzuschaffen, der aus meiner Sicht, auch in Deutschland vor allem, immer größer wird. Ich wünsche mir Frieden. Und dass wir wieder Vertrauen zueinander schaffen, erfinden. Uns einander begegnen. Uns das zurückzuholen, was uns weggenommen wurde, was wir uns haben, wegnehmen lassen haben. Freiheit, Demokratie und die Menschenwähne. Vielen Dank.